Seid herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nicht wahr? Und nicht einfach so weggeht. Das sind so komische Gothic-Animationen, die ich in so einigen Filmen oder Sketchen gesehen habe von Mitstreitern bei Deine Röhre. Steigen wir gleich ein, aber zuvor erstmal ein herzliches Dankeschön für eure Likes, für das Zuschauen und für eure Kommentare vor allem. Und ja, in Vino Veritas auch dir einmal ein Dankeschön, so von wegen, dass da die Totenkörper nicht aufeinander zufliegen. Das habe ich im ersten Moment gar nicht realisiert, weil ich das seltenst gesehen habe vor zig Jahren, als ich das gespielt hatte. Und habe ich gleich an Kiridis weitergeleitet. Mal gucken, wie er darauf antwortet, weil ich probiere auch sämtliche Renderer aus. Ja, und bevor es ihr noch zu langweilig wird mit meiner Laberei, fangen wir gleich wieder an. Also, in der letzten Folge haben wir hier um die Ecke einen, na, wie heißt er nochmal, Kristall-Golem gesehen. Hätte ich mal gleich hier schon mal sichern. Oder auch sowas. Ein, da ist er. Da habe ich noch irgendwie so einen Feuerschwalf gesehen. Das heißt also, das wird ein Suchender sein. Wo ist er denn? Ah, der Kristall-Golem. Okay. Dann nehmen wir den als erstes. Tschüss. Tschüss. Dreifach tschüss. Ah, Moment mal. Jetzt. Erst beim vierten Hau. Erst beim vierten Hau ist der Super-Gao-Zerbröselung zu sehen. Okay. Was haben wir denn hier? Geht's hier wieder irgendwo lang? Nein. Das Ende. Ja, dann wollte ich das ausprobieren mit den anderen Renderern. Ob dann die Totenköpfe... Ach, da hinten ist er in der Laufanimation. Ob die anderen Totenköpfe dann irgendwie dargestellt werden, aber konnte es nicht mehr nachvollziehen, weil ich nämlich alle schon vernichtet hatte. Also, soweit ich das überblicken konnte. Oh, nee. Abgespeichert und schon... Boah. Glaub's ja nicht. Na, der war doch die ganze Zeit in der Animation, ne? Und jetzt habe ich abgespeichert und jetzt kommt er nochmal und versucht mich wieder irgendwie zu braten, zu grillen. Aber ich versuch's mal besser. Versuch mal eben ganz... Ah. So. Ohne, dass er mich trifft. Genau. Hallo? Achso, der versucht jetzt sich noch zu regenerieren. Hatte ich meine Waffe etwas zu früh eingesteckt? So, da wo ein Suchender ist, gibt's bestimmt noch einen Suchenden. Eventuell. Ach, dann zeige ich noch was. Und zwar, im Menü hat sich bei mir etwas Zusätzliches getan. Und zwar nennt sich das hier Patch-Einstellungen. Das ist auch was Neues. Und das nennt sich Quick Open. Da kann ich sozusagen in mein Inventar, wenn ich zum Beispiel Beutel habe mit Gold, kann ich die schneller leeren oder ich kann schneller essen. Also, die Animation wird erheblich beschleunigt, sodass man nicht so lange warten muss. Okay, ich speichere mal. Jetzt musst du das ehrlich zeigen. Was? Was muss ich zeigen? Achso! Okay. Gucken wir mal eben. Ich hab ja ein bisschen hier, ne? Essen wir mal hier so ein Fleisch. Mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Manchmal tut's, manchmal tut's nicht. Doch! Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Oder hier ne Waldbeere. Wups! Weg! Oder wenn ich was trinken will, machen wir mal ne Milch. Zack! So einfach ist das. Das ist natürlich Zeitersparnis. Pur. Sehr gut. Okidoki. Dann gucken wir mal, ob eventuell noch irgendwas in der Ferne ist. Noch so ein Suchender. Und? Ist der Weg frei? Is the way free? Ne? Doch? Ja? Bitte, danke. Okay, dann gucken wir uns mal. Ist das jetzt hier etwas zum hinlegen? Kann ich hier was absetzen? Aktivieren? Oder ist das nur Flavor? Flavor. Oh, wieder ne Schnapsbeere. Gut. Und noch mehr. Butterfleisch, Blauflieder. Ja, das find ich immer klasse hier, das so so. Oh, das ist eng. Mal gucken. Ne, ich glaube, da komm ich von der anderen Seite besser ran. Dass man hier so richtig schön an versteckten Stellen noch was versteckt. Okay, hier war ja nix. So, war noch was? Ja, ein Blaufliederchen. Und hier nix. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Portal ist. So, Roland, stolper mir nicht hier über den Spitzenstein. Oh, ne Feuernesle. Gut, dann speicher ich mal. Ich glaube, da passiert nix. Das sieht gar nix. Also ist das Ding doch nicht flavormäßig hier, sondern ich muss hier was draufstellen. Wird auch nicht angezeigt, dass ich was draufstellen müsste, aber okay. Ja, ähm, dann geht's mal weiter. Hier geht's nochmal hoch. Hier geht's auch nochmal lang. Ach, ich muss mir angewöhnen, S-Laute und S-C-H-Laute ein bisschen deutlicher auszusprechen, weil mein Kompressor-Limiter im OBS eingestellt, das ein bisschen zu sehr verschluckt. So, außerdem sollte man immer bemüht sein, deutlich zu reden. Äh, ich will hier hoch. Danke. Oh, oh. Speicher nochmal. Ich speicher nochmal. Und warum habe ich wieder das Gefühl, dass diese... Wollte ich sagen, warum habe ich das Gefühl, dass diese Folge wieder eine Folge das Tal der Tränen sein wird? Oh, hallo. Also wenn ein... Da ist er. Es könnte wieder ein Suchender sein. Aber wo? Ich weiß, dass ich hier bin. Gucken. Zeigen wir uns. Ja, da ist er. Oh! Da kommt noch so ein Schlechter. Shit. Ich bin ganz schlecht drauf. Mein Leben, was Energie angeht. So, kann ich mal eben was essen? Oh, mein Konterfeil fehlt. So, da bin ich wieder. Okay, gut, dass ich das jetzt gemerkt habe. Dann wollen wir mal doch dem Suchenden mal einen Haken schlagen. Schlip... Schlipfchen schlagen. Einen Schnippchen schlagen. Kein Schlipfchen schnagen. So, irgendwo ist er. Nee, da kommt wieder so ein Heinz an. So ein Knochenkrieger oder was? Ah ja, okay. Na? Ist das eine schöne Ecke, wo man hängenbleiben kann? Na? Wo bist du denn? Jetzt hat er sich wieder verpinkelt. Hm. Da ist er. Hau ab! Okay. Das geht nämlich auch. So. Okay, Chantal ist mal ein Waldbär. Wollen wir auch mal gleich speichern. Hm, da gibt es noch. Da gab es noch... Ach, weißt du was? So, riskieren wir es mal. So, wo ist er? Da ist er. Ja, wo bist du? Da bist du. Okay. Hup, 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 hup. Ah, einmal hat er mich getroffen. Okay. Gut. Oh, mir wird so warm. Gerade richtig schön für diese kalte Jahreszeit. Mhm. Lustig. Nein! Ich wollte hier hochklettern. Das ist ja wohl... Das war ja wohl gemein. Oder geht er automatisch hoch? Oh, ich dachte schon. Oh. Heile Pflanze, heil. Hier geht es wieder nicht. Dann gehe ich mal so hoch. Mal gucken, ob hier noch was für steckedeit ist. Nein. Ist nicht. Ähm. Okay. Hier geht er auch nicht hoch. Okay, dann machen wir das anders. Gehen wir mal hier in... Ja. Hier geht's. Hier ist nix. Hier ist noch eine Heilpflanze. Okay. Ist hier was drauf? Nein. Hier was versteckt auch nicht. Und hier waren wir. Hier gibt's nichts mehr. Gut. Dann geht's weiter hoch. Hier ist noch eine feuernde Nessel. Speichern. Meint er natürlich speichern. Ich kann mich noch nicht so auf alles hier konzentrieren. Deutliche Sprachausgaben. Stell dir mal vor, ich mach hier mit TTS was. Meine Stimme in TTS programmieren. Und dann kann ich mir das Labern auch ersparen. Kennt ihr das schon? Text to Speech. Diese neuen Gothic-Folgen. Das ist so ein Tool. Von der Gothic-Community hat das einer gemacht. Die hat die berühmten Sprachen oder die Sprachausgaben von Xardas und von Pit Krüger. Also hat er sozusagen ein Tool geschrieben. Und dann kann man textlich was eingeben. Und dann wird das so gesprochen. Okay. Ich will erstmal hier wieder ums Eck gehen. Was? Mein Leben ist noch ein bisschen... Ah, da hinten ist er okay. Gut. Dann jetzt nochmal was essen. Kauen, speichern. Oh, doch nicht. Jetzt habe ich zu früh Pause gedrückt. Da kam nämlich noch einer ums Eck. Mal gucken. Erstmal abwarten. Dass ich dann was trinken kann. Ja. So viel zum Verständnis Fast Food. Mal eben kurz eingeblendet. Dieses Seraphis wird okay. Aber mit den Trinken muss ich nämlich noch vorsichtig sein. So, dann speichern. Dann speichern ich mal. So, den Suchenden hatte ich noch nicht. Ich den schon, auch noch nicht. Weil ich in Panik war. Und du hier, warst du auch schon gelootet. Du warst auch schon gelootet. Gut. So, dann machen wir den da noch ums Eck. Und dann machen wir den da noch ums Eck. So, dann machen wir den da noch. Okay. So, dann machen wir den da noch. Okay. Leute. Das hat nicht geklappt. So, dann wollen wir mal den Purchen mal. Nee, das war er auch nicht. Doch, da ist er. Los. Okay. Wirf den garstigen Purchen zu Poden. Antipoden. Okidoki. Aufnehmen Tuten da. Nämlich gut, dass ich hier mehrere Speicherstände habe. Sechs Stück. Hätte nämlich vergessen, nämlich abzufilmen. So, jetzt nochmal kapitulieren. Und erstmal alles hier holen. Hier ist nichts. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich ungefähr jetzt weiß, wo was ist. Weil, wie schon gesagt, ich bin bis hierhin schon mal gekommen gewesen. Auch ein bisschen weiter. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Gut. So, dann ging es hier oben hoch. Dann habe ich mich gewundert. Genau. Dann bin ich hier rüber gesprungen. Richtig. Na, hier war nichts. So, Halbpflanze. Dann ging es hier nochmal runter zu so einem Überhang. Überhang hier an den kleinen. Richtig. Sup, 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 sup. Feuernessel. Dann gab es nochmal so eine kleine Steinbrücke. Und dann bin ich jetzt wieder da, wo ich zum Ausgangspunkt gegangen bin. Also. Jetzt gucken wir weiter. Müsst ihr eigentlich... Oh, oh, oh. Der... Das ist aber sehr... Sehr, sehr, sehr... Beudal das Gebäude. So, also mal wieder runter. Genau. Dann kann ich ja wieder hier hochklettern. Genau. Und, ähm, mal speichern. So, bis jetzt ist ja noch alles ruhig. Bis jetzt. Aber wer weiß, was noch kommt. Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. Das wollte ich jetzt nicht. Wie komme ich denn weiter? Ach so, da unten runter. Okay. Ach, was soll's. Dann jumpen wir mal da runter. Gucken, ob wir hier was vergessen hatten. Das ist der schmale... Ja, genau. Das ist der schmale Übersprung. Okay. Also, weiter geht's. Im Prospekt nach oben. Äh, äh. Oh, was haben wir hier? Feichern? Das sieht nach einer zugewucherten Tür aus. Ja, und wieso liegst du hier rum? Wer hat dich denn vernichtet? So. Schauen wir mal. Aha. Nee, da braucht man bestimmt irgendwas für, damit man da rauskommt oder von der anderen Seite rausgeht. Meine Vermutung. Ah, warum hab ich jetzt so einen Muffen hier? Uiuiuiui. Okay, 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 okay. Langsam, langsam. Warte mal. Ach, weiter unten war auch noch so ein zerbröselter Steinstatue, da war eine alte Münze drin. Hatte ich vergessen zu sagen. Vielleicht ist ja hier auch einer. Ja, genau. Steinwäschte, richtig. Hä? Hä? Da ist doch jemand, oder nicht? Was? Knochenfürst Abaddon. Ach. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, der Knochenfürst da. Hallo, Kuckuck. Jetzt würde ich mir ja die Animation Winken wünschen. Das sind übrigens irgendwelche Skripte, die man im Monitor eingeben kann. Der scheint auf was zu warten. Der greift mich nicht an. Da hinten ist ein Schalter und eine Truhe. nochmal. Quäst die Himmelsscheibe. Ah, ah, ah. Auweia. Auweia. Nun wirst du die Macht unseres Meisters spüren. Du kannst dir nicht entbringen. Mhm. Achso. Hahaha. Ja, okay. Jetzt brauchen wir erstmal einen Überblick. Der hat irgendwelche Peoples da gespawnt. Haha. Uchuchu, 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 Uchuchu. Ja, von mir aus macht euren Uchuchu. Ich glaube, das ist jetzt so konstruiert. Oh, dass ich... Warte mal. Oh, das sind aber so viele Leute hier. Okay. Okay. Das sind Orks-Skelette. Oh, ja. Kommt noch je. Kommt wer noch? Uchuchu, Uchuchu, Uchuchu. Kein Uchuchu mehr. Irgendwer versteckt sich noch. Okay, mal schnell was futtern und speichern. Okay, weiter geht's. Gucken, ob noch so ein Uchuchu ist hier. Kann ja sein, dass sie sich irgendwie verteilt haben. Ich hab mir schon sowas gedacht, dass dieser Fürster fürstliche Gegner spawnen wird. Erwecken wird. Ne, okay, dann nicht. Was? Zieh noch einen. Ja, doch was. Uchuchu, Uchuchu. Ho. Wahrscheinlich oben. Okay. Okay. Mhm. Ja. Shit. Prallt dann irgendwas ab. Ja. Okay. Oh, da ist der Fürst. Da ist der Fürst. Da ist der Fürst. Oh, 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 gefallen. So ein Mist. Fällst du mit? Ne, er fällt nicht mit. Aber er bleibt da hängen. Oder macht er einen Fernschuh? Der fällt mit. Ich fass es ja nicht. Schnell die Nahkampfwaffe ziehen. Mal gucken, ob ich den irgendwie auch... Zur Wand bitte mit dir. Boah, der... Was ist das denn hier für einer? Hat er doch ein bisschen Angst? Hä, hat der keinen Spruch? Mit blanken Fäusten? Fist only? Oder was? Mehr hast du wohl nicht zu bieten, was? Nur deine Schergen, die du da generiert hast. Knochenfürst Abaddon. Oh. Du beeindruckst mich wenig. Das ist ja wie so ein Faustabwehr. Wie ein Boxkampf, so eine Faustabwehr. So. Mal gucken. Hoffentlich... 1150 Erfahrungen. Was hast du denn alles? Mana Essenz, Ring des Knochenfürsten. Ring des Knochenfürsten. Okay. Puh. Gab es einen Eintrag? Natürlich gab es einen Eintrag. Und zwar die Himmelsscheibe. Bö. Ich habe den höchsten Punkt des Tempels erreicht, wo es mehrere Schalter gibt. Aha. Das sind also die Schalter, die vermutlich das darunter liegende Tor öffnen werden. Ich glaube, das war das, was wir eben als verwuchert angesehen haben. Vielleicht befindet sich dort die Himmelsscheibe, nach der ich suche. Ich befürchte aber, dass sich die Schalter nicht so einfach betätigen lassen. Vielleicht kann ich an irgendeinem Buchständer mehr erfahren. Wie... Sorry. Wieder traf ich auf einen dieser Knochenfürsten, aber auch dieser wird mich nicht aufhalten können. Ja. Haben wir ja gesehen, ne? Also mal lecker abspeichern. So. Außerdem müssen wir noch ein bisschen gucken, ob es noch irgendwo ein bisschen was... noch irgendwer hier rumgräbelt. Hm. Ich bin schon wieder hier gelandet. Äh, wie war das nochmal? Das ist es nicht. Oh, Orientierung, Micky, Orientierung. Ja, okay. Ja, genau. Hier war's. So. Den haben wir ja die alte Münze rausgeholt. Hier gibt's keinen mehr. Okay. Knochen, Kirige, Feuernessel, Orkskelett, Krschmork, Steinwächter, noch alte Münzen, Heilpflanze, Heilwurzel. Was ist das? Auch eine schöne, hübsche Blume. Okay, hier ist auch noch was. Komme ich hier noch weiter ohne irgendwie... Ja. Komme ich. So. Das ist mir zu eng da. Ein Steinwächter. Zeigt er mir hier die Mittelfinger? Nee. Ach, das ist alles eng. Hier ist eine Truhe. Eins. Moment mal, hier gibt es Eier. Hier sind die... Sind das die acht? Okay, fangen wir mal an. Und zwar links von dem Steinheinster. Das ist das Dry Egg. Das ist das Caravadrat. Dann haben wir hier eine Raute. Dann den Gezackten. Dann die Sonne, sternförmig. Dann Blitz. Dann hier The Three Stooges. Drei Männchen drauf. Schlüssel. Ja, that is it done, ne? Dann haben wir hier noch einen Schalter zum Drehen bestimmt. Okay. Nicht lang schnacken. Truhe aufmachen. Ach. Oh. Was ist denn das? Fokustein? Das? Aha. Ich glaube, den muss ich gleich da irgendwo unten hinlegen. Damit ich die Plattform aktivieren kann. Soll ich das jetzt machen oder soll ich erstmal hier rumprobieren? Vor allem, was muss ich als erstes machen? Das ist die große Frage. Absolut mal erstmal abwarten. Hier gibt es nichts Neues. Lese ich nochmal nach. So. Ornament für Schaltersturm gefunden. Raute und so weiter. Ja. Wo fange ich denn am besten an? Überhaupt erstmal was machen. Okay. Ach du liebes Läuschen. Ich glaube, das wird erstmal gar nichts bringen. Warum habe ich das jetzt so im Ei? Womit denn? Womit denn? Ah, er hat es aus meinem Inventar genommen? Oder wie oder was? Was? Haben wir mit dem Blitz angefangen? Oder? Ne. Hm. Ne. 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 Was passiert denn, wenn ich... Stopp mal. So. Ich habe am höchsten Punkt des Temps und mehrere Schalter. Vermutlich darunter liegende Tor öffnen. Achso, vielleicht sollte ich mich da irgendwie erstmal begeben. Okay, okay, okay. Also ich gehe jetzt runter. Zu dieser Plattform dort. Und dann sehen wir uns wieder. Sascha, überspringe ich mal. So, da ist es. Stell ich jetzt was drauf. Und... Was waren das jetzt für indianische Geräusche? Vogelstein des Himmelstempels. Oh, weia. Abspeichern. Dann gucke ich nochmal hier hin. Der Teleportstein im Tempel führt nirgendwo hin. Man kann dort nur hingelangen. Hä? Jetzt muss ich mal gucken, da gibt es noch irgendwas mit wichtig. Muss ich eben mal durchlesen mit dem Off. Okay, ich habe bis jetzt noch keinen Hinweis gewonnen, ob ich da jetzt rein darf oder nicht. Oder ob ich es mir dann mit den anderen wieder verscherbe tue. Okay, jetzt gehe ich mal hier drauf. Ja, wie es halt eben steht. Der führt zu nix. Na dann, liebe Freunde. Mache ich erstmal für diese Folge erstmal hier einen Schlussstrich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein bisschen was schreiben. Ihr könnt auch schon, falls ihr auf Odyssey schon registriert seid. oder fällt mir ein, ich muss ja noch einen Aufruf machen beziehungsweise einen neuen Stand bringen. Den habe ich sozusagen schon fast fertig und dann noch neu veröffentlichen. Also eine Information über die Let's Plays Gothic im Auftrag des Königs. Hiermit schließe ich und sage Tschüss, Adios und habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.